Hallo liebe YouTube-Fans und hier ist sie, die Jubiläumsfolge zum 500. Abo leider ein bisschen angekratzt mit der Stimme noch. Ich habe mich mega erkältet gehabt und deswegen hat das Ganze auch ein bisschen gedauert. Tut mir leid dafür, aber ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ihr die ganze Zeit hier bei mir auf dem Kanal seid. Also viele von euch auf jeden Fall, für die, die neu dazukommen, hallo und freut mich, dass ihr euch auch hier den Kanal anschaut. Was soll ich sagen? Ich hätte nie im Leben gedacht, als ich das hier gemacht habe, dass das mal mehr als zehn Leute werden, die sich das hier anschauen. Einfach aus dem Grund, weil das für mich als eine reine Fun-Kiste ist und ich eigentlich nur das Ganze gemacht habe, weil sich Leute aus einer Hobbygruppe das ein oder andere Video mal gewünscht haben. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt ein paar Leute interessiert. Ist aber doch so und es gibt Leute, die sind von Anfang an dabei, wie der Retro Pioneer zum Beispiel oder dann gibt es natürlich Leute, die mich hier wahnsinnig lieb unterstützen. Der Mix zum Beispiel oder der WS-Aufzüge hier. Und viele, viele mehr Firmen, sowas wie Drogios Games zum Beispiel, die mir ständig hier irgendwelche Testexemplare zukommen lassen. Also ich hätte damit nie gerechnet. Ich finde es super klasse und ja, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, die sich hier jetzt irgendwie verdient gemacht haben. Das ist einfach zu viel und deswegen möchte ich mich lieber dafür bedanken, indem ich euch ein paar nette Goodies raushauen. Ich hoffe, das ist okay so. Und zwar habe ich für euch drei Preise. Einmal hier diesen Retro Mini. Den habe ich hier auf dem Kanal auch vorgestellt. Der kommt natürlich original verpackt und so, wie es sich gehört, mit allem Zubehör dazu. Könnte man es jetzt sehen. Ich hoffe es. Ja, also Anleitungen, Kabel, was dazu gehört. So und natürlich in einem Top-Zustand, wie sich das gehört. Also wird von mir auch gepflegt, geputzt und geliebt. So und dementsprechend kommt er natürlich auch bei euch an und funktioniert natürlich auch so, wie es soll. So, also ganz klar, das Ding hier haue ich für einen meiner treuen Fans hier raus. Das ist der erste Preis, den ich hier heute rausgebe. Ich hoffe, das gefällt euch. Als zweiten Preis habe ich auch noch eine Mini-Konsole. Natürlich auch hier OVP. Das ist ein kleiner Famicom-Klon. Ja, die Lautstärke ist schauderhaft. Und die ist auch nicht mal ganz laut. Aber ihr sollt natürlich sehen, dass das Zeug natürlich super in Ordnung ist, funktioniert und zu euch nach Hause kommt, wenn ihr es denn gewinnt. Und dann habe ich noch so eine Art Trostpreis, einen dritten Preis. Das ist hier die Chiba-Konsole. Die möchte ich unbedingt verlosen. Ich habe mit dem Ding hier total viel Spaß gehabt, ob man es glaubt oder nicht. Insbesondere auch wegen der ganzen verrückten Kommentare, die man dafür kriegt. Das ist also schon irgendwie ganz witzig gewesen. Und außerdem haue ich euch noch eine 3-Frage-Zeichen-Folge raus. Für Leute, die wahrscheinlich hier auf dem Kanal sind, die in meinem Alter sind, ist es sicherlich auch so ein Goodie, was so ein bisschen, ja, ich sag mal, Nostalgie-Gefühle weckt. Und ich hoffe, ich kann euch damit eine Freude machen. So, also diese drei Sachen an drei Gewinner. Und wie gesagt, für mich als kleines Dankeschön dafür, dass ihr hier immer reinschaut, mich unterstützt, nette Kommis schreibt, mir superliebe Sachen schickt, was auch immer da alles zusammenkommt, für mich twittert oder postet oder sowas. Da gibt es also so viele Sachen, wo ich mich einfach für bedanken möchte. Ich hoffe, dass ich das mit den Kleinigkeiten ein bisschen kann. Wenn ich so richtig dicke Kohle hätte, dann könnt ihr euch vorstellen, dann wären das solche Geschenke. Aber leider ist das so im Rahmen der Möglichkeiten, was ich habe. Und ja, ich hoffe, das ist was, womit ich mich ein bisschen bedanken können. Und wie kommt ihr an die Sachen? Ganz einfach. Ihr braucht mir nur hier unter das Video einen Kommentar schreiben. Und unter allen Kommentaren löse ich das Ganze dann auf und lose aus nach dem 31.12. Und das geht dann an drei Gewinner raus, die ich dann hier natürlich auf dem Kanal auch vorstelle und natürlich auch zeige, wen ich da ausgelost habe. Und ja, innerhalb von drei Tagen sollten sich die Leute dann melden, sonst müsste ich es neu auslosen. Und auch klar ist, dass sie natürlich eine gültige Anschrift haben können und mich das Zeug da hinschicken kann. Und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Und meine Familienangehörigen dürfen leider auch nicht teilnehmen. Und ja, so die üblichen Kriterien, die es halt für Gewinnspiele gibt. Und dieses Gewinnspiel ist nicht gesponsert, außer von mir jetzt. Okay, ich glaube, ich habe das Mikro erschossen jetzt. Okay, also ihr wisst Bescheid, ja. Und nochmal vielen Dank für die 500 plus Abos. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß auf meinem Kanal weiterhin. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen Content zeigen kann, auch jetzt im nächsten Jahr, dass euch das Ganze gefällt. Und das Ganze jetzt hier vielleicht so, diese Jubiläumsfolge jetzt kurz vor Weihnachten, für den einen oder anderen noch eine nette Sache, sich da vielleicht noch dran zu beteiligen und über die Feiertage ein bisschen Spaß damit zu haben. So, bis dann!